Die Stichcode-Predictor-Technologie kann auf verschiedene Objekte angewendet werden, welche zu Scannern werden. Wir werden einen Test für ein 7-Spieler-Spiel von Texas Hold'em machen und was wir wissen wollen, sind die ersten drei gewinnenden Hände, bevor die Karten ausgeteilt werden. Hier verwenden wir einen Audi-Autoschlüssel als Scanner. Denken Sie daran, dass jedes persönliche Objekt in einen Stichcode-Scanner umgewandelt werden kann. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website.